Willkommen zu meinem Unboxing der Collectors Edition von Die Zwerge. Es handelt sich um eine Buchumsetzung des gleichnamigen Buches von Markus Heitz. Es ist ein Strategie-Action-RPG und wurde von dem Bremer Entwicklerstudio Kingard Games entwickelt. Die 3 kg schwere Collectors Edition gibt es so nicht mehr zu kaufen, sondern war eine Belohnung für Unterstützer der Kickstarter-Kampagne, die im Oktober 2015 mindestens 250 Dollar beigetragen haben. Release des Spieles ist am 1. Dezember 2016, also diese Woche Donnerstag, für PC, Mac, Linux, Playstation 4 und Xbox One und kostet etwa 40 Euro je nach Plattform. Ihr könnt das Spiel auch für 50 Euro direkt bei Kingard Games erwerben und bekommt dann das Spiel, den Soundtrack, das Making-of-Buch, womit vermutlich das Artbook gemeint ist, sowie die Karte der Spielwelt als digitale Version zum Download. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auf den Bildschirmen im Hintergrund könnt ihr einige Screenshots des Spieles sehen, die ich im Laufe der Beta angefertigt habe. Tschüss. Tschüss. Schraub Diese schöne bedruckte Box aus Pappe, die das Spiel, den Soundtrack, eine Dankeschön-Karte, die Karte der Spielwelt gedruckt auf Stoff, das Artbook und eine Tabletop-Figur enthält, ist 22 cm breit, 27 cm hoch und 6 cm tief. Ich weiß, es ist, dass in der Karte 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 des Karte der Karte der Karte der Karte der Karte. Das ist es für eine Bedeutung. Vorne auf der Verpackung befindet sich das Logo des Spiels, sowie der Titel The Drawfs, Englisch für die Zwerge. Auf der Rückseite befindet sich ein Artwork von Gisselbart Eisenauge, Zwergenkönig des Stammes des fünften, der im ersten Level 1000 Jahre vor der Haupthandlung des Spiels gesteuert werden kann. Diese bedruckte Stoffkarte, welche die Spielsführung befindet, ist eine Artwork von Gisselbart Spielwelt, das geborgene Land, zeigt, ist 41cm breit, 29cm hoch und ist qualitativ die reinste Enttäuschung. Der Druck ist nicht besonders schön ausgefallen und die Ränder sind stark ausgefranst. Darüber hinaus hat sich bei der Beschriftung eines der Orte ein Tippfehler eingeschlichen, den man aber glücklicherweise aufgrund des schlechten Drucks nur in der digitalen Version deutlich erkennen kann, welche der Entwickler im Gegensatz zum physischen Gegenstand leicht korrigieren kann. Dies ist eine einseitig bedruckte Dankeschönkarte, auf der sich 17 Entwickler mit ihrer Unterschrift bei den Unterstützern des Spiels bedanken. Betrachten Sie? 2 1 1 2 3 2 3 3 5 Dieses graue Stück Kunststoff ist eine etwa 4 cm große Tabletop-Spielfigur des Zwerges Tungdil, dem Protagonisten des Spiels. Die Einzelteile, bestehend aus Körper, Kopf, Sockel und der Arme mit Axt, können selbst eingefärbt und zusammengesteckt werden. Kommen wir nun zum Spiel selbst. Dieses befindet sich in einer schönen Steelbook-Hülle, die uns neben Gieselbart, den wir schon auf der Verpackung sahen, auch noch Tungdil und Bohlendil sowie einige Orks zeigt. Die Hülle enthält zwei Installations-DVDs, den Soundtrack als Audio-CD und eine Kurzanleitung zur Installation. Wie alle Collectors-Editions von die Zwerge handelt es sich um die PC-Version, als Standalone ohne Steam und ohne DRM. Konsolen, Steam und GOG-Versionen gibt es für Backer nur als digitalen Download, auch wenn inzwischen gepresste Versionen im Einzelhandel zu erwerben sind. Auf den DVDs sind 10 GB Daten gepresst, die installiert etwa 17 GB in Anspruch nehmen. Der Day-One-Patch, Version 1.1.2, schlägt mit knapp 100 MB nicht wirklich ins Gewicht. Enthalten sind neben dem Spiel auch noch digitale Versionen der Kurzanleitung, der Stoffkarte und dem Artbook, zu dem wir gleich noch kommen werden. Der Soundtrack des Spieles umfasst 20 Tracks und wurde komponiert von Benny Oschmann, der auch schon andere Spiele von King Art Games komponiert hat. Eingespielt dafür wurden einige ausgewählte Songs von dem Budapester Art, Orchester und Chor. Highlight des Soundtracks ist meiner Meinung nach das Werk Children of the Smith, das King Art Games zusammen mit der Metalband Blind Guardian produziert haben. Dieser Song wird sehr wahrscheinlich ingame in der Location Wackenstein zu hören sein, sowie in den Credits des Spieles, in der jeder Unterstützer des Spieles namentlich erwähnt wird. Nicht eingeschlossen. Die Musik ist sinnvoller. Die Musikso acidic, kann ich anszende, oder? Die Hölle Star kommt erschweren? Ja, die letter ist in der aller Harbein, bes �arbe stخر. We redeem our mission We're brothers one by one Divide the valiant sons By Bracos It's our destiny We are the children We are the children We are forged in fire And made of stone We are the guardians of the realm From the beginning till the end We will praise the divine Who will lost till eternity We are the children Das 104 Seiten umfassende Artbook enthält Artworks, gerinnerte Spielszenen und Grafiken sowie vereinzelt Begleittexte auf Englisch, auch wenn die Grafiken teilweise deutsche Anmerkungen enthalten. Okay. . Vielen Dank. 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 Ob es sich um Echt- oder Kunstleder handelt, weiß ich leider nicht. Über diese Sonderausgabe dürfen sich 115 Bäcker der Kickstarter-Kampagne erfreuen, teilweise auch in Englisch, je nachdem aus welchem Herkunftsland die Personen kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Inhaltlich handelt es sich um die deutsche 26. Auflage des Buches aus dem Jahre 2015. Im Vergleich zu meiner 11. Im Vergleich zu meiner 11. Auflage des Buches aus 2007 gibt es keine starken Größenunterschiede. Das Papier im Inneren ist ebenso dünn, fühlt sich aber im Vergleich etwas rauer und hochwertiger an. Ich hoffe, ich habe das hier. Ich hoffe, ich habe das hier. Ich hoffe, ich habe das hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, empfehle ich euch mein Surround Gaming Video, in dem ich die Beta 1 innerhalb von 6 Stunden auf 3 Bildschirmen komplett durchspiele.